Mein Name ist Virginia Schakowski, ich arbeite in der Berliner Stadtreinigung und bin dort leitende Koordinatorin von sozialen Projekten. Also schwierig war am Anfang erst mal eine Struktur zu finden, wie wir arbeiten können, Informationen zu bekommen, wie es relativ unproblematisch läuft. Ich würde allen Betrieben mitgeben, engagieren sie sich, fangen sie einfach an und wenn es ins Laufen kommt, ist das wirklich für alle eine Win-Win-Situation. Sie kriegen wirklich engagierte Leute, die anpacken wollen. ... ...